Ich hatte einen Unfall. Ich brauche einen Arzt. Ich bin krank. Wo kann ich ein Krankenhaus finden? Ich bin erkältet. Ich bin erkältet. Ich habe Schmerzen in meinem Arm. Mein Bauch tut weh. Mein Bauch tut weh. Was ist los? Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Wo ist das nächste Krankenhaus? Wo ist das nächste Krankenhaus? Hast du einen Termin? Hast du einen Termin? Es tut hier weh. Es tut hier weh. Wo ist die Apotheke? Wo ist die Apotheke? Ich glaube, dass ich zum Arzt muss. Ich glaube, dass ich zum Arzt muss. Mein Hals tut weh. Mein Hals tut weh. Verkaufst du Medizin? Verkaufst du Medizin? Verkaufst du Medizin? Fühlst du dich besser? Fühlst du dich besser? Fühlst du dich besser? Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Hast du deine Medizin genommen? Es tut hier weh. Es tut hier weh. Was ist los? Ich hatte einen Unfall. Mindesthaltbarkeitsdatum Kann ich einen Termin vereinbaren? Kann ich einen Termin vereinbaren? Wo kann ich ein Krankenhaus finden? Wo kann ich ein Krankenhaus finden? Welches ist besser? Welches ist besser? Würdest du das gerne kaufen? Würdest du das gerne kaufen? Ich würde gerne zum Laden gehen. Ich würde gerne zum Laden gehen. Ich muss noch viele Sachen kaufen. Kann ich mir etwas Geld leihen? Kann ich mir etwas Geld leihen? Kann ich die Rechnung haben, bitte? Kann ich die Rechnung haben, bitte? Kann ich die Rechnung haben, bitte? Ist die Bank weit weg? Ist die Bank weit weg? Ich würde das gerne umtauschen. Ich würde das gerne umtauschen. wenn ich die Rechnung habe. In der Nähe der Bank. In der Nähe der Bank. In der Nähe der Bank. Wie bezahlst du? Wie bezahlst du? Wie ist der Wechselkurs? Wie ist der Wechselkurs? Kann ich einen Beleg bekommen, bitte? Wo kann ich Geld wechseln? Wie viel insgesamt? Ich zahle für das Abendessen. Ich hätte gerne eine Rückerstattung. Hast du etwas Billigeres? Ich werde zahlen. Es ist nicht sehr teuer. Wie viel kostet das? Kann es billiger sein? Um wie viel Uhr öffnet der Laden? Wenn es dir gefällt, kann ich mehr kaufen. Wenn es dir gefällt, kann ich mehr kaufen. Wie viel kostet es dorthin? Wie viel kostet es dorthin? Ich zahle für die Tickets. Ich zahle für die Tickets. Das nehme ich auch. Das nehme ich auch. Welches ist besser? Welches ist besser? Hast du genug Geld? Hast du genug Geld? Wie viele Kinder hast du? Wie viele Kinder hast du? Auf welche Schule bist du gegangen? Auf welche Schule bist du gegangen? An welchem Tag kommen sie vorbei? An welchem Tag kommen sie vorbei? Wo hast du das gelernt? Wo hast du das gelernt? Treibst du irgendeinen Sport? Treibst du irgendeinen Sport? Bist du alleine hier? Bist du alleine hier? Was wirst du heute Abend machen? 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 Was wirst du heute Abend machen?